Ja, sieht ja schon mal ganz geil aus, oder? Kannst du dir auch gleich bis zum Ende anschauen. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich dir ganz kurz erklären, was sich denn auf diesem Kanal in Zukunft so erwartet. Achja, und bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn da erwartet dich noch ein kleiner Zusammenschnitt, der dich schon ordentlich motivieren dürfte. Jetzt machen wir aber erstmal ganz kurz einen kleinen Standauflechse. Was du gerade gesehen hast, kannst du übrigens auch lernen, mein Freund. Jetzt aber ganz kurz was anderes, und zwar zu meiner Person. Mein Name ist Tobias Hemmer. Ich komme aus Österreich und mache seit ungefähr fünf Jahren die Sportart Calisthenics. Calisthenics ist ganz einfach gesagt Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Falls dich das aber mehr interessiert, kannst du einfach mal nach Calisthenics googlen. Außerdem bin ich ausgebildeter Calisthenics-Trainer. Sprich, ich weiß schon ein oder zwei Dinge über das Training. Und bezüglich Ernährung habe ich selber sehr viel ausprobiert und sehr viel gelesen, damit ich auch da wirklich weiß, auf was es denn so ankommt. Falls ihr gerne noch mehr über mich wissen wollt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Jetzt stellt sich aber die Frage, was erwartet euch denn hier auf diesem Kanal? Ganz einfach gesagt werdet ihr hier alles rund um das Thema Fitness sehen. Also wie man am besten Fett verliert oder Muskeln aufbaut oder sogar beides zusammen. Außerdem werde ich hin und wieder mal eine Challenge versuchen oder sogar ein Selbstexperiment wagen. Kommt ganz darauf an, auf was ihr oder ich halt so Bock habt. Und damit kommen wir auch schon zu euch. Was würdet ihr persönlich denn gerne so für Videos sehen? Lasst mich bitte unbedingt in einem Kommentar wissen, damit ich auch wirklich Videos produzieren kann, die ihr wirklich sehen wollt und euch auch wirklich aus den Socken habt. Also ich hoffe ihr seid schon fleißig am Videoideen kommentieren. Und falls ihr die Videos in Zukunft nicht verpassen wollt, solltet ihr unbedingt ein Abo dalassen. Ich bedanke mich schon mal jetzt im Voraus für euer Vertrauen. Und bevor ihr euch gleich den geilen Videozusammenschnitt reinzieht, gibt es nur noch eine Sache zu sagen. Liebe und bis zum nächsten Mal. Peace. Oh, fast vergessen, Regie, Film ab. Oh, fast vergessen. BEST DE39